Am Samstag fand in der AWO-Begegnungsstätte in Hoyerswerda die traditionelle Dankeschön-Veranstaltung des Vereins Projektarbeit Mosambik statt. Der Vorsitzende Wolfgang Zropf zog dabei eine Bilanz über die geleistete Arbeit und präsentierte unter anderem ein in diesem Jahr gedrehtes Interview mit dem Bürgermeister von Bayra, wo der Verein den Aufbau einer Schule und eines Gesundheitszentrums maßgeblich unterstützt hat.